Viele Chöre müssen jetzt online proben und dann haben viele Chorsängerinnen und Chorsänger das Problem, dass der Ton zu leise ist. Warum ist das so? Heu miteinander. Es ist ein bisschen eigenartig, aber man kann das vielleicht mit dem Autoradio erklären. Wenn du auf dem Parkplatz Autoradio hörst, dann geht klassische Musik ohne Probleme und Sprache und Pop selbstverständlich sowieso. Wenn du dann aber Auto fährst, ist klassische Musik ein bisschen schwierig. Der Grund ist einfach, wenn man Sprache sendet oder Popmusik, dann kann man den Klang relativ einfach komprimieren. Das heisst, die Teile des Klangspektrums werden verstärkt, die wichtig sind für die Verständlichkeit. Und bei einem Zoom-Meeting oder bei einem YouTube-Video ist es genau gleich. Damit das Zoom auf allen Geräten funktioniert, auch auf Handys oder mit schlechten Mikrofonen, wird sehr viel Power investiert, damit der Klang gut tönt. Und wenn jetzt die Chorleiterin und der Chorleiter etwas investiert, dass der Ton gut wird, dann stellt man zuerst alle diese Mechanismen ab, damit das möglichst natürlich tönt. Das Laute bleibt laut und das Leise bleibt leise. Und jetzt ist es etwas seltsam, weil auf einem Handy, ich habe da ein Tablet und dieses Tablet, das hat einen hervorragenden Klang, wenn ich ein YouTube-Video anschaue. Aber wenn ich natürlich dazu singen möchte, dann ist der Klang völlig ungenügend. Was kann man dagegen tun? Ich sehe drei Möglichkeiten. Erstens natürlich Kopfhörer. Zweitens, ich gehe mit dem Klang in die Stereoanlage. Oder drittens, und das kann ich empfehlen, ich nehme so einen Aktiv-Lautsprecher und da habe ich den Klang dann so nahe wie ich will und auch ich kann den Klang sehr laut machen, damit ich gut dazu singen kann. Kopfhörer ist vielleicht ein bisschen unangenehm zum Singen, weil man sich selber dann anders hört, aber vielleicht ist das auch gut, dann kann man das gut so hören. Ich beginne trotzdem mit dem Kopfhörer, weil wenn du den Kopfhörer zum Laufen bringst, dann bringst du die anderen Sachen eben auch zum Laufen. Bei einem Tablet kann es sein, dass du keinen Kopfhörer-Ausgang hast. Ich habe hier so ein kleines Verbindungsstück und damit habe ich dann eine Möglichkeit hier mit diesem normalen Kopfhörer-Anschluss gehe ich dann hier ins Tablet rein. Das kann ich dann so verbinden und dann hier unten in den USB-Anschluss und wenn ich hier so eine Verbindung herstellen kann, bei alten Handys hat man noch so einen Kopfhörer-Ausgang und beim Laptop hat man eben auch so einen Kopfhörer-Ausgang. Wenn ich so einen Kopfhörer-Ausgang habe, dann kann ich eben auch ganz einfach in die Stereo-Anlage. Es gibt Kabel, die haben auf der einen Seite so einen Kopfhörer-Stecker und auf der anderen Seite diese bekannten weiß-roten Stecker, wo ich dann hinten einfach in den Eingang der Stereo-Anlage gehen kann. Das heißt, wo ich einen Kopfhörer-Ausgang habe, kann ich dann ohne Probleme in die Stereo-Anlage. Und bei der Stereo-Anlage gibt es nur zwei Sachen zu beachten. Erstens, geh nicht in den Eingang des Plattenspielers, weil der hat, das ist der einzige Anschluss, der nicht geht. Alle anderen gehen und natürlich auch die Outs gehen nicht, also du musst einen In nehmen. Aber dann hast du den Klang von deinem Handy oder von deinem Tablet oder von deinem Laptop auf der Stereo-Anlage oder auch vom Computer natürlich. Und dann kannst du schon mal einen viel besseren Klang haben und das Ganze kostet vielleicht 10 Franken. Wenn du so einen Aktiv-Lautsprecher kaufst, die kosten etwa 50 Franken, dann würde ich ein eher älteres Modell nehmen, weil die haben auch noch so einen Kopfhörer-Eingang jetzt. Und dann nimmst du ein Kabel mit, die auf beiden Seiten diese Kopfhörer-Stecker haben und gehst vom Handy dann direkt in diesen Lautsprecher und schon hast du den Handyklang auf dem Aktiv-Lautsprecher. Diese gibt es in verschiedenen Grössen und Dimensionen und Klangstärken. Das spielt nicht so eine Rolle, die klingen alle sehr gut. Dann, das sind diese drei Möglichkeiten vom Kopfhörer-Ausgang auf die verschiedenen Geräte. Und dann gibt es noch eine Verbindungsmöglichkeit, wenn du kein Kabel hast oder keins haben willst oder ich weiss nicht wie das beim iPad ist oder hast du vielleicht gar keinen Ausgang, dann geht das Ganze auch via Bluetooth. Das ist dieses Symbol hier, dieses B. Und Bluetooth muss man sich so vorstellen, statt ein Kabel geht es dann über die Luft und du verbindest dein Handy oder dein Tablet einmal mehr direkt mit so einem Lautsprecher. Dieser Lautsprecher hier, der kann auch Bluetooth, dann brauche ich gar kein Kabel. Wenn du noch Fragen hast, schreib das in die Kommentarspalten. Wenn du ein Video haben willst, wie verbinde ich mit Bluetooth, das ist etwas kompliziert, dann wäre das auch Platz in einem anderen Video. Nun wünsche ich dir viel Spass in der Chorprobe. Habe etwas Geduld, wenn also der Pegel von deinem Chor oder von der Chorleiterin oder vom Chorleiter zu tief ist, dann weisst du jetzt warum und beim nächsten Mal hast du dann einen Lautsprecher oder einen Kopfhörer. Ich wünsche dir damit viel Spass und gute Probe.